Servus Franz. Grüß dich Gaby. Wieso bist du in die AfD eingetreten? Wieso bin ich in die AfD eingetreten? Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Wegen der Massenmigration nach Deutschland ist es auch wichtig, dass wir gerade die jungen Leute auch mal eine gute Rente haben, wenn es soweit ist. Ich will, dass Deutschland deutsch bleibt und Heimat, Kultur und Tradition bewahren. Wunderschöne Worte. Weshalb braucht Deutschland die AfD? Deutschland braucht die AfD, weil wir eine Oppositionspartei in Deutschland brauchen und es gibt keine Opposition mehr außer der AfD und deswegen ist es wichtig, dass wir stark auch jetzt an den Bayerischen Landtag einziehen werden. Wieso spielt die AfD eine wesentliche Rolle bei der jungen Generation? Ja, ich würde sagen, die jungen Leute, die haben Angst um ihre Zukunft, die wissen nicht, wie es weitergeht und die einzige Partei, die die Ängste aufgreift, ist eben die Alternative für Deutschland und wir sehen es in der jungen Alternative, dass es eben ein großer Zuwachs kommt an jungen Leuten. Ja, die wollen sich einfach für ihr Land einsetzen und da sind sie bei uns richtig. Ja, jawohl. Vielen lieben Dank, viel Spaß weiterhin und viel Erfolg. Danke dir Gaby. Danke.